Mein Vater ging fast genauso oft aus wie unser Ofen. Und er hatte einen Hund. Er war eines Hundes teilhaftig. Und dieser Hund bellte vorne. Außerdem hatte er noch einen Papagei, der konnte sprechen. Und eine Eule hatte. Eine Eule, eine Eule. So wieder ein Schellmeute. Also eine Eule. Und diese Eule, die konnte nachts gucken. Noch ruhig. Sizilium, Sizilium. Und das wäre sehr wichtig, wenn ein Einbrecher nachts hineinströmte, dann sah die Eule den. Hier. Dann weckte sie einen Papagei und der sagte dem Hund, dass er jetzt bellen muss.